Hallo, hier ist Manfred, der Gefahrenhase. Ich meine, Manfred in Gefahr. Und ich habe heute eine Grusel-Grusel-Gruselhütte gefunden. Und da sollte ich gleich mal kundschaften. Und ich habe schon gesehen, wie bei Indiana Jones sind hier ganz gefährliche Falten. Aber die können mich nicht aufhalten. Da hupple ich einfach rüber. Los geht's, ab in die Grusel-Grusel-Grusel. Mal gucken, ob jemand zu Hause ist. Hallo. Hallo. Ui. Schon wieder eine Falle. Darauf falle ich nicht rein. Lass uns mal zur Tür gehen. Oh, okay. Oh, ist das ein bisschen windig hier. Oh, was ist die Idee so moine? Oh, was ist das ein bisschen willig? Baby, das würde ich nicht mehr tun gehen. Ja, das ist gut. Kusel, kusel! Ah, eine Spende! Detektiv Manfred! Ingeheimer Mission! Hat du was gesehen da? Mit der Kamera? Guck mal! Ein Messer! Hier ist ein Mörder unterwegs, der sich gemütlich, teelig angemacht hat und mit dem Aschefasche geraubt hat. Oh oh! Da drüben! Das nächste Indiz! Ja, mit meinen scharfen Hasenaugen stelle ich fest, dass mit dem Messer drüben dieser Schlipf in das Sofa gemacht wurde. Oh! Hier muss eine schlimme Tat verzogen worden sein. Oh! Ja, Detektiv Manfred stellt fest, neben dem Mörder war auch ein Kunstdieb da. Oh! 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 Ja, vielleicht war auch ein Schrott-Sammler hier, das weiß man nicht. Das stinkt hier. Da bin ich mal reingepiescht vielleicht. Vielleicht haben die Haustiere gehabt. Tiere stinken ja immer so. Ja, die beiden haben auch Sachen gegessen, stellt Detektiv Manfred fest. Und es ist dreckig, da war bestimmt keine Frau dabei. Die hätte nämlich alles sauber gemacht. Das heißt, das muss ich der Polizei melden. Hier war ein Kunstdiebzugange und ein Messerschlitzmörder. Ja, wieder ein Fall gelöst. Hahaha. Detektiv Manfred hat den Fall erfolgreich abgeschlossen. Oh, schnell raus hier. Grusel, Grusel. Ja. 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 Ja.